Ich weiß nicht, ob ich's bin. Sind sonst alle okay? Können wir um meinetwillen positiv bleiben? Bitte. Rover 2, hier ist Hope 1. Hört ihr mich? Ja, wir sind da. Ich war für alle Cleaner im Will. Und zwar sofort. Verstanden? Bestätigt. Over. Hope 1, out. Das hört sich wirklich toll an. Haben wir einen Plan? Oder wollen wir mal wieder improvisieren? Was ist denn das? Das nehme ich. Ich strahle! Achtung! Koboi! Hier entlang! Kabanszeug! Köderdose! Was? Als würde sich der Kollaps wiederholen. Was? Hier, Munition! Ein Glückspennig! Schnapp, schnapp! Wir werden die Hände! Starboy! Stop, stop! Hallo? Sicher! Da! Verschlossen! Das war's! Hielang! Lade nach. Na, dann jetzt oder nicht. Nicht da draußen, noch jemand. Wir brauchen Hilfe. Wir sind in der Falle. Verstanden. Oh Gott sei Dank. Wir dachten schon, nur wir wären noch übrig. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sitzen fest in der Alten. So ungern ich das sage. Aber vielleicht hatte Hoffmann recht. Sie sind die Dinge zu locker angegangen. Das hat sich gerecht. Herrje, wo kommen die denn alle her? Extra Munition, Feind benötigt. Wir haben Gesellschaft. Licht an. Wir wollen nicht, dass uns was überrascht. Na, lau.